So, jetzt aber wieder und zwar sind wir hier jetzt im Landschaftspark von Bottrop am Tetraeder. Und wollen die Halde mal rauf, hier. Die Stufen, da nehme ich euch jetzt mit. Carsten, unser Kringelchen ist heute leider nicht dabei. Er musste zu seiner Mutter, da sind gesundheitliche Probleme. Deshalb müsst ihr heute mit mir fortlieb nehmen. Nächste Woche ist unser Kringelchen wieder dabei. Jetzt gehen wir hier über den Weg nach oben. Und dann gehen wir zusammen ein Stück. Und dann machen wir gleich mal, nehme ich euch mit auf den Weg, die ganz, ganz vielen Stufen hoch, die da sind. Und zu mir noch, wie ihr wisst, hatte ich meinen Antrag abgegeben Anfang September. Letzte Woche Donnerstag, ich glaube, das war der 19. Kam der Antrag von der Krankenkasse zurück, war genehmigt. Dann habe ich im Krankenhaus angerufen, war der Frau Roduch, im Knappschaftskrankenhaus Bottrop, die Adipositas-Koordinatorin. Und dann habe ich einen Termin gekriegt. 9.10. ins Krankenhaus, alle Voruntersuchungen. Am 10.10. bekomme ich dann meinen Schlauchmagen. Und er wird ganz klar eine Sie, weil die meisten Schlauchmägen sind ja die was. Und meiner wird dann Paula heißen. Paula ist ein guter Name, finde ich. Und jetzt gehen wir weiter. So, gehen wir mal einen Weg hier hoch, damit ihr seht, wie schön steil das ist. Dann gehen wir auf eine andere Zwischenebene. Und es ist nicht angenehm hier zu laufen. Schön ausgespült. fernab vom normalen Weg sind wir jetzt hier. Schauen wir mal, wo uns dieser Weg hinführt. So, hier vorne kommt eine Bank. Da können wir dann mal ausruhen und zur Luft kommen. Denn mit so einem fetten Gewicht wie meins braucht man immer wieder eine Pause. Ihr kennt es ja, es ist nicht einfach, mit dem Gewicht durch die Weltgeschichte zu laufen. Dann haben sie hier eine schöne Bank hingemacht, damit man was sieht und schaut. Die Bank, jetzt gehen wir mal hoch, alles zu wuchern lassen, sodass man nichts sieht. Das ist schon richtig traurig. Das ist ja, es ist ja, es ist eine kleine Bank. Da seht ihr ist Tetraeder, da gehen wir jetzt rauf. Die letzten Stufen, dann sind wir da oben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, da haben wir es geschafft, ich nehme mal, ich gehe jetzt mal mit auf die letzte Ebene, schaut euch das an, hier kannst du runter gucken bis unten, da kriegst du weiche Füße, aber richtig wie Butter und jetzt geht es im Kreisel nach oben. Leute, ich sag euch, das ist ein unangenehmes Gefühl, richtig unangenehm als ob du in der Luft schwebst. Nun sind wir auf der letzten Ebene angekommen. Und hier ist ein Zuberboden, aber schaut mal. So, 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 so ist es so schön. So, so. Also, so, 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 so. So, so, so. So, so, so. Bis zum nächsten Mal.